Das Einzige, was wir geben können, ist eigentlich die Musik hier und das versuchen wir möglichst gut zu machen. Wir sind in alle Positionen. Und ich habe eine Gumbia geschrieben. Eine Gumbia, das ist Musik eigentlich wie der Blues in Peru. Oder eine Kombi irgendwo. Die habe ich geschrieben, als wir hier auf die Schiffe gekommen sind. Wir haben sie dann kurz eingestudiert hier. Und das Nummerli wird eigentlich ihr widmen. Der fünften Blues and Rock Cruise. Und für immer und ewig gehört ein Stück Absatzung. Euch, die zahlt haben. Die, die krampfen. Lifesound natürlich selbstbeschädlich. Alle, die hier, die hier sind. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018